Leute, jetzt wird's aber langsam viel mit Mutalisken. So, hauen wir hier alles weg. Mach schon. Ha, sie haben ja eh keine Chance. Sie haben einen von uns unter's Schild geschossen. Ja, jetzt zwei im letzten Schuss, aber vorher nur einen. So, gucken wir mal, ob hier noch welche leben. Ne, komplett ausgelöscht. Das nächste Hindernis wären die ganzen Mutalisken, aber ich glaub, die können wir auch ohne Probleme mit Templern ausschalten. Kommt schon. So, wir klauen uns jetzt mal die Dragona-Armee und schicken die hinterher. Hoffen, dass uns in der Zeit nichts Neues angreift. So, die schauen wir da raus. Warum war ein bisschen ausgewogen, alles wieder erneut. Ähm, dich werden wir auch... Mist. Dich werden wir auch mit runterholen. Dann mal los, Commander. Oh Gott, diese riesige Karawane. Speichern. Mission 4. Okay, weiter geht's mit Templer. Templer, Templer, Templer. Du wirst mir jetzt den Sieg bringen. Kann es sein? Oder hat er wirklich eine größere Sichtweite als Tassada? Ach, der Templer. Mein Denken gleicht angeblich seinem. Sehr interessant. Wupp, 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 schübter Wupp. Wupp, 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 wupp. Hau ab. Hau ab. Flieg zurück. Okay, ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Geflogen. Obwohl, geschwoben. Ich webt ja. Bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Okay, ähm, Siechsturm. Sterben sie? Ja. Weiter. 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 Wupp. Da waren die Nächsten. Siechsturm. Wunderschön. Seht euch nicht wieder Menschen an. Wie schnell die einfach nur tot sind. So, ihr seid Trupp 1. Ihr seid merkwürdigerweise Trupp 2. Was macht ihr? Da ist der Dämmendarm verfolgen. Ich glaub's nicht. So, was ist hier noch? Ähm, euch brauchen wir nicht. Noch nicht. Ich baue mal lieber ersatzweise. Obwohl, hier ist alles in Schleife. Apropos Schleife. Äh, unsere Bauschleife hat aufgehört. Mit dieser Meldung hier wird's nochmal verdeutlicht. Hallo, könnt ihr den mal da rauslassen? Der hat einen Job zu tun. Ich im Gegenteil. Obwohl, ihr seid auch am Arbeiten. Lassen wir das. Upgrades. Ähm, Plasmastelle die zweite. Bums. 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 Okay. Ähm. Eins, zwei. Drei. So, der kann auch wieder zaubern. Aber das können wir jetzt eh nicht gebrauchen. Wir müssen erstmal diese verdammte Stellungbunden platt machen. So. Ähm, ja, sind genug Einheiten. Würde ich sagen. So, die Protos ziehen direkt das Feuer auf sich. Also, ich sag immer die Protos zu ihnen. Das sind ganz normale Bärsäcker. Ich sag das wahrscheinlich aus Reflex, weil die am meisten nach normaler Lebensform aussehen. Das sind ja mehr Maschinen hier. Okay, wollen wir mal weiter mit dem Templer vor. Ähm, hier werden wir angegriffen. Verdammte Königin. Ha, sie nerven einfach nur, wenn der Feind einen damit ärgert. Okay, die sind gegen Lufteinheiten. Da brauchen wir keine Angst vorhaben. Ich glaub, hier in der Kreuzung war was. Okay, die sind tot. Verdammt. Zurück, 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 zurück. Gleich unser Schild durchstrungen. Habe ich einmal nicht aufgepasst, verdammt. Hm, hm, hm. Ähm. Angriff. Okay, jetzt wird's ernst. Hier hin vorrücken. Okay, hier dürfen nicht mehr viele leben. Bitte mach nix langsamer. Okay, Parasiten. Brütlinge. Ähm, Tassada, es wird Zeit, dass ich dich steuere. Wo bist du? Ach, könnt ihr schneller diese Dinger vom Himmel holen? Das ist ja nervig. Okay, Psy-Storm. Nein, nicht so nah ran. Psy-Storm. Okay, die dürften zerplatzen. Och, wie süß. Nochmal vorwärts. Ah, da waren sie schon. Sichtweitenmäßig. Noch ein Psy-Storm. Okay, und mehr sollte es eigentlich nicht sein. Ähm, dich und dich steuere ich nochmal einzeln. Dass ihr nicht als Erste da runter wollt. Okay. Ich würde sagen, wir haben die Missionen in der Tasche. Los. Ähm, ja, du bist schon da, aber der andere muss auch noch kommen. Ja, und er hat gar nix gemacht. Meines Erachtens, noch doch fünf Treffer. Okay, die Mission ist erfolgreich verlaufen. Das war's für heute von Let's Play Starcraft. Folgen werden jeden Tag eine Mission, damit das Spiel in einer Woche durch ist. Es fehlen nur sechs Tage. Also, die Missionen in der Tasche.